Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zusammen mit Fuxi Boy. Link zu seinem Kanal unten in der Beschreibung und wir spielen heute Doors. Genau. Wir sind jetzt hier im Hotel und suchen jetzt erstmal hier den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel schon. Und Tür 2. Dann erstmal zur Tür 2. Ich gucke erst noch eben die Schränke durch. Pass auf in den Schränken kann auch was sein. Ja. Hier ist aber auch kein bisschen Geld. Merk dir immer die Zahl von der Tür, wo wir klappen, dass es geprägt wird. Genau. Wir sind jetzt bei Tür 4. Dann kommt hier natürlich Tür 5. Hier ist nichts. Dann müssen wir wohl nach da oben gehen. Genau. Oh, hier wird's doof. Hier. Jetzt nach unten. Okay. Jetzt sind wir in den so dunklen Katakon. Ja. Und ich hab nen Schalter gefunden. Da bist du ja. Tür 9. Tür 9. Wir sind jetzt bei Tür 9. Okay. Was ist das? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür her? Ist das so dumm? Ah ja. Hab sie. Tür 11. Tür 11. Schönen Schränke. Noch nicht. Noch nicht. Warte bis du ihn hörst. Ja. Jetzt. Aus. Und nicht. Wo ist die Tür? Ist es jetzt überall dunkel? Ja. Ich kann nix erkennen. Okay. Ich auch nicht. Irgendwann Tür. Dorthin? Ja. Wird jetzt in Tür 5 sein. Ja. Seh ich aber nicht. Wo ist die Tür denn hier? Ich hab schon mal den Schlüssel. Hier ist nur was zu heilen. Da gehts mal. Ich bin wie dein Licht. Ja. Seid ihr es nen ziemlich langer Gang, der sehr bedrohlich aussieht? Ja. Und die Lichter flackern wieder. Lass uns lieber noch weiter gehen, solange wir können. Tür 18. Hier ist der Schlüssel. Weiter gehts. 19. Okay. Den Gang fände ich noch nicht. Okay. Oh. Hier sind sehr viele Schenkel. Und weiter. Das geht immer zu früh rein. Die Lichter haben geflackert. Ich hab ne Kerze. Das war knapp. Ich hab ihn schon in Gang gesehen. Wie auf mich. Super. Ich hab keine Taschenlampe. Ich kann die Kerze also... Ah. Du hast mich super erschreckt. Sorry. Und... Alter, die mich erschrecken... Bist du's. Ja. Und gerade darauf 23 im Gang. Ach, richtig. Ich hätte... Ja, ich bin schon in 25. Ich hätte... Ja, ich bin schon in 25. So. 26. Jetzt ist es zu. Das heißt, dann muss ich runter. Dann wieder hier hoch. Und weiter geht. Für 7 und 25. Ich muss ehrlich sein. Solange habe ich Spaß noch nie überlebt. Für 7 und 25. Das heißt, wir müssen hier das Bilderrede machen. Das ist richtig. Ich hole das. Da hin und dann. Sie ist am öffentlich. Natürlich. Yes. Ich sag noch, ich sollte mich nicht umbringen. Hier. Ich seh dich. Falsch. Da gehst du nicht lang. Komm zu mir. Wir wieder aus deinem Raum raus. Du musst einfach den Gang weiter entlang gehen. Ich seh dich. Die Richtung. 30. Ich glaub, ich war nur einmal bei der Bibliothek. Ich komm nicht! Und ich bin tot. Oh nein. Oh. Hello. It's you. Ja. Jetzt muss ich alleine. Heide! Ich würde liebwisch kurz wieder. Okay. Ich werde auf. Oh da bist du. Und da bist du. 32? Oh nein, ich bin gleich bei der Watch. Ach komm, komm, ich dachte ja. Hm, sehr laut. Jo, lass uns die Räume jetzt. Ach komm, es kommt noch nicht binnen. Ich hab schon mal den Schlüssel. Sei froh, ich bin schon einmal gestorben. Okay. Langer Gang. Ich vertraue langen Gängen in Horrorspielen. Die sind die vertrauensvollsten Gänge von allen. Ja, merke ich. Darum vertraut man langen Gängen immer. Los! Okay, entspann dich mal! Aber! Aber! Ich bin ein Zentimeter vor der Tür gestorben. Oh, ich bin auch gestorben. Wow. Genau. Aber! Dann würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut unbedingt bei Fuchsi Boy vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, abonniert gerne mich und auch Fuchsi Boy. Gibt unseren beiden Videos ein Like. Und falls ihr die Idee daten, was wir noch spielen könnten, schreibt sie in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!